Übung des Tages Nummer 6 Übung, ihr braucht ein Handtuch, kleine Tassenuntersetzer oder sonstige kleine Gegenstände zum auf den Boden legen und ihr braucht einen kleinen Ball. Ihr bewegt euch in Slalomflugposition um die kleinen Hütchen oder um die kleinen Gegenstände herum, aber müsst auf dem Handtuch sitzen bleiben. Dann nehmt ihr den Ball zwischen eurem Bauch und geht zurück. Das könnt ihr rückwärts oder vorwärts machen. Achtet darauf, dass ihr die Hütchen nicht berührt oder nicht bei den Gegenständen. Und das Ganze macht ihr fünfmal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017